hallo liebe leute und herzlich willkommen ich habe hier noch etwas von der spielwaren messe mitgebracht und zwar vom stand von zika boom und das sind trading cards ja das ist normalerweise nicht ganz meine baustelle das wisst ihr alle trading cards da habe ich nicht so wahnsinnig viel ahnung zu und wir schauen einfach mal vielleicht ist das ja was was euch interessiert mich interessiert es auf jeden fall auch wenn ich da nicht so ahnung von habe ich finde das ist ein witziges ding und wir haben hier zum mission arena spiel ein team deck zu spider-man das ist das team deck so sieht es aus da sind jede menge sachen drin und was genau da so drin ist und was euch da erwartet wenn ihr euch sowas holt das zeige ich euch jetzt packen wir die first edition mal aus und schauen mal was wir da so vorfinden das finde ich ja sehr spannend als erstes hätten wir hier einmal diese kleine anleitung und das ist auch gleichzeitig das spielbrett so wie es aussieht so sieht es aus witzig gemachte zeichnung drauf hier von gut dann haben wir hier tor und halk und doctor strange und die black widow und hier dann noch den spider man es sind halt alle mit dabei dann gibt es hier noch die übersicht welche karten es alle gibt und dann ist natürlich noch ein quick guide mit dabei der euch beibringt wie ihr das ganze zu spielen habt natürlich auch wichtig und so wie es aussieht liegt der hier komplett auf englisch vor dann ist da die wunderbare holo karte mit dabei die sie natürlich auch super aus das ist natürlich ein absolutes highlight so eine holo karte und ich bin gespannt ob wir im deck noch weitere dieser karten finden oder ob das wirklich dann die einzige ist die mir dabei ist das schauen uns aber jetzt an denn jetzt lüfte ich das geheimnis was finden wir in diesen schönen deck ja auch das finde ich sehr schön gestaltet hier ist spider verse natürlich hier alle vorne mit drauf das gefällt mir sehr gut das ist wunderbar gezeichnet so was mag ich ja hier sind natürlich erheblich mehr karten drin als in einem dieser booster packs wenn ich beim booster pack noch gesagt hatte ich habe hier doppelte karten dann merke ich jetzt hier das scheint gar nicht so schlimm zu sein denn in diesem spiel braucht man offensichtlich spezifische karten sogar mehrfach von daher sind natürlich auch doppelte immer gut und wir sehen schon das sind hier alles charaktere aus dem spider verse denn das ist halt auch die spider man erweiterung und hier haben wir zum beispiel spider gwen auf der rückseite in dem falle keine weiteren informationen hat das steht alles vorne drauf ich weiß wie gesagt nicht wie man spielt aber sammelkarten sind immer gern gesehen schauen hier haben wir spider girl auch sehr schick und hier sind halt immer die die daten drauf attack points und so defensive points und so weiter und so fort da kann man auf jeden fall jede menge mitmachen und die scarlet spider auch sehr schick also wirklich schön gemacht ich finde die designs auf den karten sehr schick das gefällt mir persönlich sehr gut ich mag das ja auch spiderman noir ja da kommt der nicolas cage wieder durch hier dann den sandman sogar bösewichte sind auch mit dabei mysterio sehr schön ja dann haben wir hier brute force nennt sich die karte mit spiderman und venom und auch die ist mehrfach mit dabei und dann haben wir hier natürlich noch spiderman miles morales und ghost spider auch sehr schick ja und das waren die karten aus dem set da könnte man jetzt eine runde spielen wenn man wüsste wie es geht ich vermute mal ihr braucht tatsächlich nicht nur so ein paar booster packs sondern um ein komplettes deck zu erstellen wäre es schon sinnvoll wenn man sich hier so ein starter pack besorgt ob das die hier in deutschland gibt das kann ich euch persönlich in diesem moment jetzt noch gar nicht sagen ich weiß das ehrlich gesagt nicht also dass die anleitung auf englisch vorliegt spricht eigentlich dagegen dass man die hier ganz regulär in deutschland kaufen kann aber das kann ja noch kommen oder ihr besorgt euch die irgendwie anderweitig es gibt natürlich auch nur den zig boom store da kann ich mal einen link unten in die video beschreibung machen könnt ihr euch das mal anschauen aber ja das ist es das sind die karten jede menge karten 55 spielkarten und diese eine wunderbare holo karte ist mit dabei ja die ist halt safe mit drin in so einem starter pack von daher macht das auf jeden fall sinn dass man sich das hier holt ja und die booster packs sind natürlich auch ziemlich cool die habt ihr ja vielleicht schon gesehen denn die sollten zu diesem zeitpunkt schon als short videos bei mir auf dem kanal zu sehen sein ja und das war es eigentlich an dieser stelle ich könnte jetzt hier einen zaubertrick aufführen und zwar indem ich die karten jetzt alle fallen lasse und sage wir haben 55 hebauf das wäre aber nicht richtig weil hier sind ja 56 karten wenn ich es richtig verstanden habe nämlich 55 spielkarten aus dem spiderman team set und eine holo karte trading cards ich bin schon immer ein freund gewesen von solchen karten tatsächlich ich habe vor jahren mal welche zu star trek gehabt den pokémon hype das habe ich nie mitgenommen da kann ich ehrlich gesagt nicht mitsprechen aber früher kannten wir ja auch so trading cards indirekt wir haben das dann quartett genannt als stargeist das trumps das hier ist aber noch mal wieder ein ganz ganz anderes spiel wenn ihr interesse dran habt dann schaut einfach mal in die video beschreibung gibt es einen link zu zika boom vielleicht könnt ihr da informationen über dieses spiel bekommen und auch informationen woher das dann her bekommt ja ich bedanke mich noch mal recht herzlich bei zika boom es war wieder eine wahre freude aber euch am stand an auf der spielbahnmesse und ich hoffe wir sehen uns dann wieder nächstes jahr und euch sehe ich hoffentlich beim nächsten video denkt dran abo daumen kommentare benachrichtungsglocke wieder anschalten ganz genau das machen wir so also bis dahin und schaut euch auch die shorts an wo ich noch mal so ein paar booster packs aufgemacht habe das ist auch interessant bis bald nicht tschüss was ist wohl los ach so das ende vom video ja da oben da gibt es ein video von mike das könnt ihr euch angucken da unten ist eine playlist da könnt ihr auch mal reinschauen und da drüben ja da sind so paar andere kanäle zum abonnieren ja das war es jetzt tschüss